Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Food Haul. Wir kommen gerade vom Wocheneinkauf. Wir waren bei Aldi einkaufen, haben aber auch noch ein paar Kleinigkeiten bei Edeka besorgt, unter anderem weil Jakob sich da seine Wasserkiste gekauft hat. Ich habe jetzt die erste Tasche neben mir und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange und legen direkt los und euch wünsche ich ganz viel Spaß. Ich habe bei Aldi einmal die Cocktail Rispentomaten mitgenommen, 500 Gramm. Die, ja, mit dem grünen Rispen, die mag Jakob ja so gerne, aber ich finde es halt geil, weil die nicht so ganz groß sind, weil ich mag halt lieber kleinere Tomaten. Da sind die eben auch perfekt. Die waren auch im Angebot. Auch aus dem Prospekt waren einmal hier diese, ja, die heißen jetzt, glaube ich, von der Eigenmarke Picobelli, genau, in Salami. Für den Vorrat hat Jakob einmal Semmelknödel eingepackt. Die waren nämlich auch im Angebot. Da haben wir jetzt nichts mit geplant, sondern die waren dann einfach in den Vorratsschrank. Dann hat Jakob auf einmal diese Hörnchen hier eingepackt mit Nuss-Nuvat-Creme. Die sind auch immer ziemlich geil. Die hatte ich früher so als Kind auch immer, so als Snack zwischendurch und ich finde die Hörnchen heutzutage auch immer noch cool. Dann habe ich einmal mein Kartoffelpüree, mein liebstes Kartoffelpüree mitgenommen von Aldi. Ich weiß, ich sage es immer wieder in jedem Foodtall, wo ich das zeige, ich weiß, kann man selber machen. Im Moment habe ich aber absolut noch mal weniger Lust drauf. Und ja, wenn man da Milch, Butter und alles reinmacht, schmeckt das auch gut. Dann haben wir noch zwei Packungen Milch mitgenommen in Laktosefrei, die 1,5 war. Dann hat Jakob einmal von Aldi die Leona am Stück mitgenommen. Die war auch im Angebot. Dann haben wir einmal ein Toastbrot, beziehungsweise das, ja, das ist ein Toastbrot, das Weizentoast, die kleinen Scheibchen. Denn Toastbrot geht immer. Dann habe ich zwei Gurken mitgenommen. Einmal so fürs Brot oder für zwischendurch, wenn man Bock drauf hat. Und eine Gurke habe ich mitgenommen, weil ich habe es endlich mal in Angriff genommen. Wir machen endlich mal von TikTok diesen viralen Crispy Kartoffelsalat oder Crunchy Kartoffelsalat. Ich sehe den überall. Meine ganze Frau Ju, ich sehe es überall. Und es sieht einfach so lecker aus. Ich habe schon jetzt so oft gehört, dass der Pornös geil sein soll. Hier sind wir. Wir haben eine Gurke dafür gekauft und natürlich andere Sachen. Aber ich hoffe, der schmeckt wirklich. Im Angebot waren auch einmal die Wraps. Und da haben wir einmal die Weizenwraps mitgenommen. Übrigens sehe ich gerade, die haben eine neue Verpackung, weil die sind jetzt pink anstatt rot. Sieht cool aus. Ja, auf jeden Fall einfach so, wenn man morgens Bock hat, anstatt rot irgendwie sowas zu essen. Jakob isst die auch total gerne, nimmt die auch gerne mit zur Arbeit. Und ich dachte, wenn sie im Angebot sind, kann man die natürlich mitnehmen. Zum Kochen habe ich einmal passierte Tomaten eingepackt für ein Gericht. Und auch noch einmal eine Dose Mais. Und für den Gewürzschrank noch einmal getrocknete Petersilie. Das ist ja mein Go-To. Finde ich immer gut. Dann habe ich hier einmal die Geflügeleona. Und zwar die von dieser Junior-Kleinen-Mini-Abteilung bei Aldi. Ich habe nämlich tatsächlich dieses Bärchenwurst irgendwie im Moment für mich entdeckt. Es ist immer noch katastrophal, was ich aufs Brot essen kann, weil alles irgendwie so ist mittlerweile. Weil das, was ich gerne mag, einfach nicht zur Verfügung steht gerade. Und ja, da habe ich die hier jetzt nochmal mitgenommen. Die habe ich mir jetzt schon, ich glaube, zum zweiten oder dritten Mal eingepackt, weil die einfach super lecker ist. Und ja, davon wird mir nicht schlecht, ausnahmsweise mal. Einmal Gewürzgurken. Finde ich im Moment auch super geil. Ich liebe es. Einfach so eine Gewürzgurke und das in so eine Scheibe Käse rollen und essen. Oh mein Gott, das müsst ihr mal austesten. Das ist einfach so lecker. Und dann haben wir noch zwei von diesen Milchdrinks eingepackt. Ich glaube aber, der andere müsste in einer anderen Tasche sein. Und zwar einmal für Jakob den American Style Brownie Geschmack. Bin ich mal gespannt. Dann einmal zum Kochen habe ich die Pastasauce mitgenommen in Basilico. Habe ich auch einfach immer gerne da. Und vor allen Dingen, wenn es mal schnell gehen muss. Die war jetzt auch im Angebot und da bietet sich das immer ganz gut an. Und einmal neue Margarine. Die kleine hier, die Vita Reform. Mögen wir auch sehr gerne fürs Brot. Dann ist in der Tasche noch einmal eine Cola gewesen. Und zwar von Sinalko. Ich glaube, die war im Angebot, soweit ich weiß. Einen großen Sack Kartoffeln haben wir eingepackt. Dies brauche ich diese Woche einmal für den Crunchy TikTok Kartoffelsalat. Und noch für irgendein anderes Gericht, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade aber irgendwie nicht mehr sicher. Doch für Scheibenkartoffeln, glaube ich. Aber den Essensplan verrate ich euch natürlich gleich. Und dann haben wir noch zweimal gemischtes Hackfleisch mitgenommen. Je 500 Gramm. Ich nehme ja normalerweise gerne diese 800 oder Kilo Packung da. Die hatten aber jetzt nur die 800 Gramm. Ich brauchte aber auf jeden Fall für die beiden Sachen jeweils 500 Gramm. Also habe ich einfach die einzelne mitgenommen. Machen wir weiter mit der zweiten Tasche. Das ist eine kleinere. Wir haben einmal sechs Eier mitgenommen. Die waren 30 Prozent reduziert. Und die hat Jakob entdeckt. Und ja, da haben wir einfach mal ein paar Eier zu Hause. Dann hat er sich noch von Milzani, also die All-Di-Eigenmarke, den High-Protein-Grieß-Pudding mitgenommen in Zimt. Ich glaube, da werde ich einfach auch mal probieren, weil das hört sich gut an. Aber ich esse meistens diese High-Protein-Sachen nicht, weil die so einen richtig ganz komischen, leicht widerlichen Nachgeschmack haben. Und ich das absolut nicht feiere. Und ja, meistens sind die jetzt auch nicht viel besser als auch nichts anderes. Dann haben wir noch einmal Romana-Salat mitgenommen. Also die Salatherten. Die brauche ich auch diese Woche für ein Gericht. So, dann haben wir noch ein zweites Mal passierte Tomaten und ein paar Bonnenschen, denn Äpfelchen und ich meine Trauben haben wir nämlich noch hier. Deswegen haben wir da nicht zu viel mitgenommen. Vor allen Dingen, ihr wisst ja, mit dem Essen und so, nicht, dass nachher alles weggeschmissen wird. Da fahre ich lieber dann nochmal und hole mir nochmal was, worauf ich Lust habe. So ist es ein bisschen einfacher. Dann habe ich für ein Gericht einmal saure Sahne eingepackt und für diesen Crunchy-Kartoffelsalat einmal Joghurt, weil da kommt wohl Joghurt rein als Dressing. Also so wird das irgendwie gemacht. Hier ist der zweite Milch-Drink und zwar einmal mit weißem Schokolade-Geschmack. Richtig geil, da freue ich mich richtig drauf. Dann brauchen wir auch einmal Zitrone. Da habe ich jetzt einfach hier diese flüssige mitgenommen. Dieses Bio-Teil hat man ja auch ein bisschen länger was von. Leberwurst habe ich auch eingepackt mit Schnittlauch. Dann haben wir noch ein Brot und zwar das Paderborna. Da hatte ich irgendwie mal voll Bock drauf. Das war diese Woche so richtig schön weich. Dann kommt in den Crunchy-Kartoffelsalat auch noch rote Zwiebel rein. Wir haben jetzt nur weiße hier gehabt. Deswegen habe ich nochmal so ein kleines Säckchen hier mitgenommen. Kann man ja auch für alles immer gebrauchen. Ein bisschen Süßes darf natürlich auch nicht fehlen. Wir haben von Haribo zwei Stück mitgenommen. Und zwar einmal die Cola-Tüte. Die habe ich jetzt total oft schon bei Instagram gesehen. Das wurde mir mal angezeigt, weil das jetzt wohl neu ist. Und da bin ich total gespannt. Die haben wir einmal mitgenommen. Und meine Lieblingstüte mittlerweile und zwar die bunte Tüte. Ebenfalls für ein Gericht haben wir einmal geriebenen Cheddar gekauft. Und für 1 Euro waren hier diese Aufschrittsachen bei Aldi im Angebot. Da hat Jakob einmal Bauernschinken mitgenommen. Und einmal Schinkenspeck. Ist er total gerne auf Brot. Und ebenfalls für 1 Euro haben wir dann noch Bierwurst mitgenommen. Und einmal, weil wir im Moment total auf Käse stehen, haben wir so eine riesige Packung mal mitgenommen. Und zwar diese 400 Gramm Edamer-Packung. Käse geht momentan wirklich immer. Und dann kommen wir zur dritten und letzten Tasche. Das ist aber auch eine kleinere. Aber irgendwie hatten wir nur kleine Taschen dabei und wussten alles in drei Taschen verteilen. Jakob hat bei Aldi einmal ein kleines Toast hier mitgenommen. Und zwar ist das wohl neu. So wie ich sehe, ist das auch vegan. Ja, okay. Logisch. Steht nämlich drauf, Haferdrink-Sandwich. Ich gehe dann mal davon aus, das ist halt einfach so ein Weizensandwich. Aber anstatt halt mit normaler Milch oder so, ist es halt einfach mit Hafermilch gemacht. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Bin ich mal gespannt. Dann habe ich etwas entdeckt. Das habe ich auch bei Instagram schon gesehen. Und das habe ich bei Edeka dann eben durch Zufall gesehen, weil ich durch eine Abteilung gegangen bin, wo ich wirklich nie lang gehe eigentlich. Und zwar haben jetzt Pfanner in Dosen Sparkling-Eistee. Und da habe ich mir gedacht, okay, das muss ich jetzt mitnehmen und dann einfach gleich mal probieren. Da freue ich mich richtig drauf. Dann haben wir noch einmal von Edeka Bio Schinkenwürfel mitgenommen. Die waren im Angebot. Dann einmal noch Baguette zum Aufbacken haben wir mitgenommen. Und auch für ein Essen einmal Mayo. Da habe ich aber die Salatkreme mitgenommen. Und einmal noch Paprika. Da war jetzt einfach rote Paprika, 500 Gramm. Sind zwei Stück drin, weil die relativ groß sind. Freue ich mich auch drauf. Brauche ich auch zum Kochen. Dann wollen wir morgen grillen. Und dafür hat Jakob spontan noch die Nackensteaks hier gefunden. Das sind immer vier Stück. Waren für 2,50 Euro reduziert. Und das hat ja ganz gut gepasst, würde ich sagen. Dann sind für Jakob zwei Sachen mitgekommen. Und zwar einmal die Real Cola mit extra Koffein bei Booster. Also definitiv nichts für mich gerade. Aber ich glaube, die hatte er schon mal. Die fand er ganz gut. Und einmal die Cola von Gerald Steiner. Ich glaube, die gibt es auch noch nicht so lange. Und zwar in Zero Sugar. Für den Vorrat haben wir einmal Nudeln mitgenommen. Die waren auch im Angebot. Und zwar die Metzi Rigatoni. Das sind halt diese großen Runden, aber halt so ein bisschen kleiner. Die sind praktisch so noch durchgeschmissen. Ja. Solche Nudeln mag Jakob sehr gerne. Die hat er sich dann eingepackt. Und dann habe ich hier noch einmal Apfelkirschgeschmack, den Spritzer mitgenommen. Von Gut und Günstig. Sah ganz lecker aus. Und dann einmal noch von Vitrex Juicy in Sommerfrüchte. Sah auch gut aus. Und dann haben wir hier noch einmal den Multivitaminsaft. Genau. Daraus mache ich mir auch zum Beispiel gerne eine Schorle. Da mache ich dann einfach von Jakobs Sprudelkasten so ein kleines bisschen rein. Hier ist übrigens eine Flasche davon, weil wir die dann aufs Band gelegt haben. Und zwar hat er diese Woche einen Kasten von der Nürburgr-Quelle mitgenommen. Die haben übrigens richtig coole, fancy Flaschen jetzt. Gefällt mir auf jeden Fall besser als vorher. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Essensplan. Ich habe tatsächlich diese Woche mal für jeden Tag etwas aufgeschrieben. Ich war mal ein bisschen mutig. Vor allen Dingen, weil wir auch noch ein paar Sachen hier haben, die wir gerne noch aufbrochen wollen aus der Tiefkühltruhe. Also ich habe aufgeschrieben, diesen Crunchy Kartoffelsalat von TikTok. Wie gesagt, den werden wir heute machen, weil, wie gesagt, fand ich den so geil. Der sieht so gut aus. Und ich habe es jetzt schon so oft gesehen und auch von vielen gehört. Der soll so lecker sein und ich kann es nicht mehr abwarten. Ich will ihn unbedingt ausprobieren. Dann werden wir morgen grillen. Es soll richtig schönes Wetter werden. Der April hat bisher eigentlich schon relativ sonnige Tage für uns bereit gehalten. Da freue ich mich drauf. Dann machen wir einmal Kartoffelpüree mit Barbecue-Burger und Salat. Wir haben einmal Barbecue-Burger gemacht und zwar mit einem Rezept von unserer Family aus den USA. Und die waren einfach so geil, aber ich habe viel zu viel gemacht. Deswegen haben wir eine Portion davon auch eingefroren. Und ich dachte, mit Kartoffelpüree, dann ist das so eine Art eine Frikadelle mit so Soße. Könnte super lecker sein. Und ja, da hatte ich auf jeden Fall voll Bock drauf. Dann wird es noch einmal Reis mit Hühnerfrikassee geben. Für Jakob und meine Oma haben wir alles noch hier. Jakob hatte mal vor einigen Wochen eine Riesenportion Hühnerfrikassee gekocht und hatte davon noch ein paar Portionen eingefroren. Und ich werde mir dann einfach die Piccolinis da machen. Denn ja, Reis und Hühnerfrikassee ist jetzt nicht so mein Ding. Aber sollen die natürlich nicht drunter leiden. Ist ja klar. Dann machen wir noch einmal Scheibenkartoffeln. Die habe ich aufgeschrieben, weil meine Oma sich die gewünscht hat. Da werde ich dann Speckwürfel reinmachen und Zwiebel und so. Super lecker. Und dann noch einmal Nudeln mit Tomatensauce. Ich habe ja gesagt, das ist immer so ein einfaches Gericht. Das kann man immer ganz schnell machen. Und ja, Nudeln habe ich sowieso noch ganz viele hier. Und dann gibt es noch etwas, da freue ich mich auch total drauf. Und zwar Chili con carne. Dazu wird es dann noch das Aufbackbaguette geben. Ich hatte die Tage irgendwie daran gedacht. Ich hatte nämlich auch irgendwo im Internet was gesehen und dachte, boah, das könnten wir auch nochmal machen. Ja, da freue ich mich jedenfalls. Der Essensplan ist sehr geil. Dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit diesem Food Haul. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr diesen Kartoffelsalat von TikTok schon ausgetestet habt. Ich habe irgendwie das Gefühl so, dass dieser Trend schon fast wieder vorbei ist. Und dass ich so die letzte bin, die es irgendwie ausprobiert. Das war damals mit dieser Feta-Pasta auch so, die jeder von denen gemacht hat. Aber gut, würde mich interessieren. Und dann verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.